Wer unserem Kanal schon länger folgt, der weiß, wir hatten letztes Jahr Nachwuchs bei den Puten. Das war nicht geplant, dazu gibt es auch ein Video, das verlinke ich euch in der Infobox. In diesem Jahr habe ich die Eier konsequent rausgenommen. Zum Teil habe ich sie ersetzt mit Kunst-Eiern, die haben die Puten aber rausgeschmissen und dann habe ich das gelassen. Jetzt sitzen die vier schon seit ein paar Tagen fest in der Ecke. Ich habe alle Eier rausgesucht, wo ich nachgreifen konnte und die ich gesehen habe. Aber gestern habe ich gesehen, ich habe wohl ein oder zwei Eier nicht erwischt und die lasse ich jetzt auch bei Ihnen, weil ich nicht weiß, wie lange die schon bebrütet sind und das mache ich nicht. Also wir können uns überraschen lassen, ob es noch einmal dann aber natürlich sehr wenig Putennachwuchs im Auenland gibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017